Glyphosat ist der weltweit am stärksten verbreitete Pestizidwirkstoff. In fast allen Unkrautvernichtern ist das Gift enthalten. Monsanto, der US-amerikanische Chemieriese, verkauft Glyphosat seit dem Jahr 1974. Seither sind die Verkaufszahlen explodiert. Heute stellen Konzerne auf der ganzen Welt glyphosathaltige Pestizide her. Der jährliche Markt für diese Produkte ist 8 Milliarden Euro schwer. Doch es tauchen immer mehr Informationen auf zu den Risiken von Glyphosat für die Umwelt und auch für die menschliche Gesundheit. Um das zum Thema zu machen, organisierten zivilgesellschaftliche Organisationen das Monsanto-Tribunal. Dutzende Betroffene aus der ganzen Welt sagten vor fünf Richterinnen und Richtern aus. Sie berichteten aus Lateinamerika. Rund um Sojaplantagen, die mit Glyphosat besprüht wurden, traten vermehrt Krankheiten bei Kindern und Erwachsenen auf. Glyphosat kann auch die angebauten Pflanzen anfälliger machen, etwa für Pilze oder Superunkräuter. Bei Tieren haben Wissenschaftler beobachtet, dass Glyphosat zu Missbildungen, Infektionskrankheiten und Todgeburten führen kann. In den USA haben tausend Landwirte Klage gegen Monsanto eingereicht. Sie werfen dem Konzern vor, durch seine Produkte an Krebs erkrankt zu sein. Aber Monsanto behauptet, Glyphosat sei so sicher wie Kochsalz. Wir haben unsere Klienten, die die Rund umgebracht haben, wie auch durch Agrikulturen, als Farnwerker, Hausgarten, oder als Garten, oder jemanden, der Rund umgebracht hat, alle, die eine Non-Hodgkin-Lymphoma entwickelt haben, einen bestimmten Kanzer. Wir haben ca. 10.000 Pläntinnen, die individuelle Leute, und wir bekommen hunderte jede Woche. Dank dieses Gerichtsverfahrens kommen immer mehr interne Dokumente und E-Mails von Monsanto ans Tageslicht. Die sogenannten Monsanto-Papers füllen mehrere tausend Seiten und belasten Monsanto schwer. Die Firma Monsanto-Präsidentin hat, seit 1985, Rundup, war originally categorisiert by die Environmental Protection Agency als Category C, meaning possible carcinogen. Und unfortunately, was one would hope a company would do when they become aware of that is investigate and do more testing. Instead, what Monsanto chose to do is to attack the science, and they have been doing that for the last 30 years to try and prevent people from knowing instead of doing what we would hope a company would do, which is investigate, wow, if you find out that there is potential for your product to cause this horrible type of cancer, investigate, do more testing instead of trying to cover up. The Monsanto papers have shown us very clearly what Monsanto is doing around the world to get regulators to get governments to greenlight the sales of their products independently of the risks associated with these products and in particular round up the glyphosate-based herbicide that they sell. Pestizide dürfen erst verkauft werden, wenn sie von Behörden geprüft und als sicher genehmigt werden. Als die unabhängige Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation, die IARC, die Sicherheit von Glyphosat überprüfte, war es bereits das wichtigste Pestizid der Welt. Monsanto befürchtete, dass die Behörde Glyphosat als krebserregend einstufen könnte. Sie entwarfen daher einen Plan, um es weiterverkaufen zu können. We have thousands of documents. We also, of course, have the documents that have come out through the litigation now. So, pieces of the puzzle are starting to fall into place. And some of that, um, some of those documents show pretty clearly Monsanto anticipated that IARC would find glyphosate to be possibly or probably carcinogenic. They knew this. They anticipated this. They talk in their internal documents about being vulnerable with the science, epidemiology, toxicology, mode of action, others. They express worry and fear months before IARC even sat down to meet. They talk about how they need to get money. They need to fight this. They put together a preparedness document, um, with very strategic ways to orchestrate an outcry, to create outrage. So, they knew what the science said. They knew what IARC would find. And they very carefully and craftily came up with a plan to try to discredit IARC. Again, all of it before IARC even met. You do obviously have, you see in the documents and you know throughout history, um, that you have very close ties, at least in the Environmental Protection Agency in the U.S., with large corporate chemical companies. Um, the documents show that Monsanto had particular influence and sway over a number of top EPA officials. There were also people within EPA, toxicologists and other scientists, who tried to raise alarm bells and who found problems in the research with glyphosate. In Monsanto's own research, uh, they found, um, evidence that glyphosate caused cancer. But the political pressure and the power from the top, you know, has, has combined to have the EPA essentially doing Monsanto's bidding. Dennoch schlussfolgerte die IARC 2015, dass Monsantos Melkuglyphosat für Menschen wahrscheinlich krebserregend sei und dass es genügend Beweise für Karzinogenität bei Tieren gäbe. Was die Lage für Monsanto verschlimmerte war, dass Ende 2017 die Glyphosat-Vermarktungslizenz in der EU auslief. Ein Verbot von Glyphosat würde den Verlust von einem Markt von einer Milliarde Dollar bedeuten. Monsanto wollte eine negative Bewertung durch die EU auf keinen Fall riskieren. Um eine Marktzulassung sicherzustellen, gründeten sie daher die Glyphosat Task Force. Diese Task Force ist eine Koalition aus 20 Unternehmen, die von Monsanto angeführt wird. Im Frühjahr 2017 setzte sie die EU-Kommission unter Druck, Glyphosat wieder zuzulassen. Wenn ein Produkt in der EU zugelassen werden soll, übernimmt ein Staat die Führung. Seine Behörden prüfen die Risiken anhand der wissenschaftlichen Studien. Für Glyphosat war das Deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung, das BFR, zuständig. Das Institut sollte die vorhandenen Studien prüfen und der EU einen ersten Vorschlag zur Wiederzulassung machen. Das Problem ist, dass dem BFR vorgeworfen wurde, Informationen direkt von Unternehmen der Glyphosat Task Force kopiert zu haben. Wir haben gesehen, dass große, sehr wichtige, sehr wichtige Teil der EU-Kommission von Glyphosat direkt von Monsanto kopiert wurden. Wir können das nicht mehr ein independentes Kommission nennen. NGOs, Forscher und Politiker verurteilten dieses Plagiat. Sie warfen dem BFR Schlamperei bei der Überprüfung der wissenschaftlichen Studien vor. Wir haben gesehen, dass die Führung von den BFR-EFSA-Dokumenten verurteilt wurden. Scientistisch, sie benutzen Improper Prozedur. Sie ignorierten Kritiker-Scientific-Evidence. Sie ignorierten die Methoden, die sie sollten überprüfen haben, die sie sollten überprüfen haben. Und sie brachten in Evidence, das war irrelevant, zu den Diskussionen, die sie sollten haben. Das BFR sandte seine Ergebnisse an die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA. Sie entschied, dass Glyphosat nicht krebserregend sei. In der Zwischenzeit übte Monsanto mit allen Mitteln Druck auf Wissenschaftler aus, damit sie Glyphosat als unbedenklich erklären. Eine andere Strategie war, kritische Wissenschaftler zu diskreditieren. Seralini, wie Sie sehen in den Dokumenten, von Monsanto und anderen. Seralini war eine victim von ein sehr carefully orchestrated Assault von Monsanto. Nicht nur Monsanto kritisiert Seralini's Arbeit, aber sie hat und geholfen, in den Akademischen Welt, andere Wissenschaftler zu kritisieren Seralini, zu kregen für eine retraction. Diese Leute sahen, wie sie es in der Behestung des Monsanto und Sie sehen es sehr klar in den Dokumenten. Und wieder, sie ist ein Beispiel, aber sie haben das zu anderen Wissenschaftler in der Welt gemacht. Vielleicht nicht zu dem extent, wie sie es zu Seralini gemacht haben. Sie hatten ihre Influen. Sie hatten die Leute, die Journalen, die Leute in der Journalen. Sie hatten die Leute in der Journalen. So, wiederum, ihre Rechte ist ziemlich tief, und es ist ziemlich deceptive. Nicht nur sie sind aktiv, die Wissenschaftler zu kämpfen, sie haben, was sie mit der Internationalen Agency für die Forschung gegen Cancer gemacht haben, zum Beispiel die Cornerstone, der Gold Standard in der Internationalen Cancer Assessments. Sie haben tatsächlich versucht, es zu zerstören. Sie haben, als wir sprechen, eine Angelegenheit zu zerstören, ihre credibilität, ihre reputation. Sie arbeiten mit US Senatoren, um die Führung zu attackieren. Sie nutzen die Third Partie, um die Wissenschaftler zu unterbrechen, um die Arbeit zu machen. Ich meine, was sie tun, ist keine Wissenschaft. Wir müssen uns sehr klar sein. Monsanto gründete sogar falsche Bürgerinitiativen, um Glyphosat zu verteidigen. Die Glyphosat zu sehen. Sie also enlisted a number of partners, um, sort of organizations that appear to be independent of Monsanto but we know are not independent because of the documents. They enlisted them to write letters to the editor, to, um, you know, write policy briefs, to complain about IARC. They enlisted lawmakers to try to get funding stripped from IARC. They attacked the various, um, scientists at IARC. They ghost wrote articles that would appear to be from independent bloggers or journalists or professors, but were actually written by Monsanto employees. You know, there are many, many different tactics that they employed to try to discredit IARC. Monsanto soll auch versucht haben, Journalisten zu beeinflussen, damit keine Artikel veröffentlicht werden, die die eigenen Gewinne schmälern könnten. There are very few journalists, I think, who like to take them on. It's not, um, an easy road by any means. They come after you. They came after me. They still come after me, um, with personal attacks and trying to, uh, uh, discredit me and others. Um, and many other journalists as well. Anyone who really tries to tell a story that they don't, uh, like. I've covered a lot of corporations. You know, I've been a journalist more than 25 years. I've covered a lot of different industries and very powerful companies. I can say definitely, Monsanto, um, you know, has a much more aggressive style, um, in terms of pressuring journalists. Um, and they also, of course, we've seen try to pressure scientists. They are very assertive and very aggressive in their desire to spin the narrative, um, to their own good. that they've tried to do so well. They even try to commit, to the Alle-Suchels in the Prices of the United States. You know, Um the Glyphosat-Kontroverse to meet the United States on the other hand. um die Sicherheit von Glyphosat zu beweisen. Doch die Studien waren nie vollständig in wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht worden. Wir konnten also nicht überprüfen, ob es sich um korrekte Forschung handelte. Doch unsere Bitte um Veröffentlichung wurde von der EFSA ausgeschlagen, um die Geschäftsinteressen der Unternehmen zu schützen. Einzig die Titel der Studien, das Inhaltsverzeichnis und die Anhänge mit Datentabellen in PDF-Format durften wir einsehen. Alles andere blieb unter Verschluss. Deshalb reichten wir Klage gegen die EFSA ein. Man kann nicht richtig öffentliche Entscheidungen machen, wenn man die Informationen im öffentlichen Bereich hat. Ich war hier gestern in diesem anonymen Bewerbungshof, um die secreten Studien, die von Monsanto bezahlt wurden, die sollen zeigen, dass Glyphosat sicher ist. Das ist kein Weg, die Entscheidungen zu machen. Als Monsanto dies mitbekam, traten sie dem Rechtsstreit bei. Auch das dänische Chemieunternehmen Cheminova trat bei. Sie wollten sicher gehen, dass die EFSA die Studien weiterhin geheim halten würde. Sogar die deutsche Regierung trat dem Verfahren auf Seite von Monsanto bei. Nachdem dies der Presse bekannt geworden war, zog sie sich wieder zurück. Nun müssen die Richter des Europäischen Gerichtshofs entscheiden, ob das Geheimhalten der Glyphosat-Studien rechtens ist oder nicht. Und jetzt? Der Fall Glyphosat zeigt die Kraft, die öffentliche Kampagnen entfalten können. Ursprünglich sollte Glyphosat für weitere 15 Jahre zugelassen werden. Unter dem Druck der Zivilgesellschaft widersetzte sich das Europäische Parlament und forderte einen Glyphosat-Ausstieg innerhalb von fünf Jahren. Auch die Regierungen der EU spürten den Druck. Obwohl sie dreimal über die Verlängerung der Zulassung abstimmten, kamen sie zu keinem Ergebnis. Daher musste die EU-Kommission die finale Entscheidung treffen. Mit Unterstützung einer knappen Mehrheit der Mitgliedstaaten entschied sie, die Glyphosat-Zulassung zu verlängern, jedoch nur für fünf Jahre. Wir haben nun also fünf Jahre. Fünf Jahre, um diese Giftmischerei zu beenden. Das Europäische Parlament hat einen Sonderausschuss eingesetzt, um Licht in die Kontroverse zu bringen. Unsere Fraktionsmitglieder werden dafür sorgen, dass unbequeme Fragen gestellt werden und dass die Wahrheit aufgedeckt wird. Wir wollen, wie das gesamte Prozess funktioniert. Wenn die independenten Wissenschaft in Bezug aufgrund ist und nicht bequem. Wir wollen, dass alle Daten in Bezug aufgrund sind, dass es eine öffentliche und transparente Prozedur gibt, und dass die Agenz, die in Bezug aufgrund sind, genug Unterstützung bekommen, um ihre Arbeit in einer independenten Weise zu machen. Eine weitere gute Neuigkeit ist, dass die EU-Kommission ein neues Gesetz zur Transparenz wissenschaftlicher Risikobewertungen versprochen hat. Wir werden uns dafür einsetzen, dass Regulierungsbehörden öffentliche Studien verwenden und dass Forscher ohne Druck arbeiten können. Forschung, insbesondere zu Umwelt- und Gesundheitsthemen, muss ausreichend finanziert werden. Um all dies zu erreichen, brauchen wir die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Die Ausgabe wird, wie es zu tun, ist eine Agenz, die Informationen zu bekommen, die Informationen zur Verfügung zu machen. Die Industrie muss die Analyse machen, aber die Agenz haben die Analyse zu reduzieren. Sie können nicht in die Möglichkeit, was Sie bekommen. Sie müssen es selbst machen. Sie müssen ihre eigenen Analyse machen. Sie müssen ihre eigenen Analyse machen und werden sie sehr öffentliche. Und wenn sie fertig sind, anstatt diese internen Regeln, Regeln, Regeln von allen Ländern zu haben, bringe ein scientifisches Board, das ist extern zu all das, das ist für Merit gewählt, Leute, die gut kennen, die in diesen Fällen arbeiten, und dann haben sie die letzte Entscheidung und die letzte Literatur und sagen, ja, wir lieben das, oder nein, Sie missen das. Wir müssen die weitere Konzentration von Macht und Kapital in der Agrarindustrie verhindern. Daher sind wir gegen die Fusion von Bayer und Monsanto. Doch die Wahrheit wird ans Licht kommen, auch durch die Klage der Krebsopfer gegen Monsanto. Und wenn Journalisten kommen und sehen, was passiert ist, mehr und mehr Leute callen und sagen, mein Freund hat von Non-Hodgkin's-Lymphoma, oder ich habe Non-Hodgkin's-Lymphoma, und ich benutze Roundup. Also der Fall wird größer und größer. In fact, es könnte das, was so ähnlich wie eine Zigaretten-Litigation ist, in der es nationweit, weltweit. Und falls du dich fragst, was du tun kannst, mach deine Stadt oder dein Dorf zur pestizidfreien Kommune, unterstütze Bürgerinitiativen oder organisiere Demonstrationen gegen Glyphosat. Fordere die lokale und regionale Politik auf, Glyphosat zu verbieten. One of the biggest things we want out of this court case is for people to know. So people know that if they pick up this Roundup, they are risking their lives, and they're risking getting Non-Hodgkin's-Lymphoma. We want people to become aware so that they don't have to go through this, and so that they don't use Roundup and don't get cancer. We want people to become aware so that they don't have to go through this,